Diagonalview.de heute in Kiljaraipur in Indien, wo jährlich so eine Art olympische Spiele der, naja, nennen wir es mal anderen Art, stattfinden. Hier wird nicht nur gelaufen, dieser Herr hier kämpft alleine gegen vier Motorräder mit purer Muskelkraft. Oder dieser Athlet dachte sich, Radfahren kann ja jeder. Ich balanciere das Fahrrad mal hier auf meinem Mund. Was das hier ist, da bin ich ein wenig überfragt, kann bestimmt auch nicht jeder, aber eine unvergessliche Darbietung seht ihr hier. Dieser wahnsinnige Kraftbrotz hat besonders gute Ohren. So gut, dass er damit mal ohne weiteres diesen japanischen Kleinwagen ziehen kann. Wow! Ich habe angefangen mit Motorrädern und mich dann langsam zu Autos hochgearbeitet. Ich übe immer zu Hause und an guten Tagen ziehe ich sogar ein Auto und ein Motorrad gleichzeitig. Ja, die Ohren sind bestimmt ordentlich langgezogen. Mit dabei war auch etwas traditioneller Kutschensport, sehen wir hier. Und dieser Herr drehte noch den ganzen Tag seine Runden. mal weiteres